Der Eingang der KZ-Gedenkstätte in Dachau bei München. Die Besucher betreten das frühere NS-Lager durch ein Eisentor mit dem zynischen Schriftzug Arbeit macht frei. Doch dieses Tor ist eine Replik. Das Original war vor zwei Jahren verschwunden. Vor kurzem tauchte es auf einem Parkplatz in Norwegen wieder auf. Mit einem Kunsttransport wurde es zurück nach Dachau gebracht. Die Leiterin der Gedenkstätte ist froh, dass das Originaltor wieder da ist. Es war die Hoffnung fast schon aufgegeben. Es ist ja auch eine Replik angefertigt worden, die jetzt wieder an der Stelle des Torhauses eingehängt worden ist. Aber wir werden dieses Stück ins Museum bringen. Ein eigener Bereich in der Ausstellung widmet sich künftig der Geschichte des bis heute unaufgeklärten Tordiebstahls. Wir sind glücklich, dass das Tor wieder da ist, weil es so ein wichtiges Symbol ist. Es ist das gleiche wie in Auschwitz. Dort versuchte 2009 jemand, den Schriftzug zu zerstören. Das restaurierte Tor ist künftig nur in einer alarmgesicherten Vitrine zu sehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank.